Kommen wir jetzt zum BIS. Wir haben ein BWL-BIS für Sie vorbereitet und das Ganze funktioniert wieder über Mentimeter. Im Prinzip sind Sie ja schon eingeloggt. Ich brauche mir auf jeden Fall mal BISI auch ohne den Screen. Genau, ich sage Ihnen das. Okay, wir gehen mal auf die andere Kamera. Und dann können wir nämlich auch starten mit der ersten Frage. Aber ich denke, die meisten sind tatsächlich schon eingeloggt und vor dem noch. Und deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt. Wie das natürlich immer so ist bei einem Quiz, gibt es ja immer eine Person, die wir in der Zeit weiß, was Sie.